Ich habe eine richtig, richtig gute Idee. Ich auch! Ein Reaction-Video! Und das ist der Grund, warum ich finde, dass dieses Tuch ein wirklich gutes Produkt ist. Kauft das alle! Jetzt auch noch einen Podcast machen. So, David Hein, wir haben jetzt richtig Beef. Robin! Ja? David am Telefon. Alter, David, glaubst du nicht? Das ist richtig eine gute Investition gewesen mit dem Tuch. Ich muss es nicht mehr selber machen. Das ist so geil. Und dass man den Beef bringt, das wird richtig abgehen, das sage ich dir. Das geht immer. Wollen wir das in unseren Wichs-Zimmer hängen? Ja, man, richtig gute Idee. Das machen wir, man. Das machen wir. Ich sage dir, David, richtig geil. Richtig gut. Robin, wir müssen auch die Top-Ten-Videos verhalten. Top-Ten-Listen machen wir. Das läuft immer gut. Warte, David, ich muss ganz kurz mal proben. Oh, das ist so schockierend. Ich habe noch nie die Lärchen gesehen. Ja, der war für das Thumbnail. Alter, bist du mal bescheuert. Der ist nicht rot angemalt. Der muss rot sein. Kontrastreiche Farben. Maggie, wir machen das so. Maggie. Thumbnail, los. Franz. Franz, los. Lass mir mal in Schweiß Wasser ein. Bad jetzt. Los geht's. Ja, den Oberlof will ich noch mal. Oh ja. , uh-huh. Uffu. Bis zum nächsten Mal.